hallo zu einem let's view dieses programm heftes von der heart attack tour der wwf der world wrestling federation heute ist es die world wrestling entertainment der wwe das programm heft habe ich erhalten als ich am 8 september 1994 ja diese tour in hamburg miterlebte das habe ich mir damals da gekauft ich glaube es hat 30 mark gekostet also es war wirklich teuer musste man wirklich kaufen das hat man nicht einfach so bekommen und hier steht ja auch noch offizielles souvenir programm das offizielle souvenir programm ja ob wir schon zu finden ja schön mit dem undertaker vorne drauf die harte tektur ging natürlich um brett hart das heißt man hat brett hart auch gesehen auf dieser tour ein bisschen verrückt ist natürlich harte tektur man sieht den undertaker und das herz da oben also die hatten so ein bisschen eine kleine fehde und warum kein brett hart vorne drauf ist wenn die tour so heißt ja kann man nicht sagen andererseits ist das auch ein geniales undertaker motiv so schlagen wir es mal einfach mal auf also auf der tour sozusagen habe ich übrigens auch noch mir ein schönes brett hart t shirt gekauft die brett hart brille die leider schon so alt ist dass das also von außen natürlich toll aussieht aber ich muss hier in der tüte aufbewahren weil das das so schaumstoff drumherum das löst sich leider nach über 20 jahren auf und ich hatte mir ein brett hart cap gekauft so ein offizielles das habe ich der fansammlung unserem lieben peter peter vermacht das findet ihr dort wenn ihr seinen gameroom schaut irgendwo versteckt ist es da ja ausgelegt so dann wollen wir uns einfach mal das ganze heft angucken hier haben wir erstmal harte tektur und wunderbare motive lex luger brett hart joko suna ich glaube das ist razor ramon der da auf dem boden liegt und der undertaker wir gerade seinen ja ich glaube einen seiner moves vorbereitet indem er seinen handschuh festhält ja dann haben wir hier ein willkommen schreiben ihr könnt das recht sehen und ja da war noch der präsident jack tani und ja wins mac mann war zwar wichtig aber hier war eben halt noch ein anderer im mittelpunkt und den zweck mann war eben halt ein bisschen mehr im hintergrund wie auch immer ich habe mir extra notiert das ist vielleicht hier nicht ganz so stark zu erkennen ich habe es mit bleistift reingeschrieben ich habe mir aufgeschrieben wie die matches waren das habe ich mir damals gemerkt auf der tour und das hat sich sozusagen wo auch immer ein bisschen variiert unabhängig davon hier seht ihr auch noch die weiteren termine in deutschland und dann auch in großbritannien in hamburg 8 september und ich weiß dass es 1994 war also ist echt ja wenn man heute bedenkt 30 jahre her dieses jahr oder bald 23 also in dem sinne 29 jahre so wie waren die matches denn also ich lese sie mir einfach mal vor und zwar gab es ein tag team match zwischen brett hitman hart mit macho man und das gegen own hart und jim night hart also ich habe die ganze hart foundation gesehen das ist echt legendär selbst damals fotos oder handys so was hatte man noch nicht fotoapparat durfte man nicht mit reinnehmen wenn man heute höchstens eine einwegkamera mit reinnehmen können ich habe so ein teil auch mitgenommen aber ich kann euch sagen es ist kein vernünftiges foto rausgekommen wenn ich davon noch irgendwelche fotos habe ich muss wirklich noch aussuchen jetzt rahmen der aufnahme muss ich mal gucken ob ich die euch hier überhaupt zeigen kann denn ich weiß nicht ob die überhaupt sichtbar sind aber wenn zeige ich versuche ich sie zu zeigen so dann ging das zweite match ein frauen match und zwar ging es einmal mit alandra blades und bull nakano einer japanischen oder asiatischen wrestlerin es ging um einen wwf titel dann gab es ein weiteres tag team match lex luga und raser amon gegen sean michael und diesel die waren damals tag team champions man wird richtig nostalgisch wenn ich allein die namen lese wenig da gesehen habe lex luga ja er sah noch wirklich so aus wie ihr da auf kennt also das war wahnsinn dann das vierte match krass gegen den undertaker sogar in einem sarg match das müsst euch mal reinziehen natürlich hat der undertaker gewonnen aber das war echt wahnsinn dann gab es irs gegen den 1 2 3 kids auch das allein muss man sich mal reinziehen also wenn ich sehe welche legenden ich glück hatte zu sehen im sechsten match bambam bigelow gegen mabel ja gut war sehr kolossartig fand ich nie so dolle aber bambam bigelow auch wenn er richtig kräftig war der hatte ja echt was drauf also wenn ich das king of the ring match gegen brett hart sehe egal ob es gescriptet war oder nicht aber über eine stunde und dann sehr viel akrobatik alter schwede das muss man erst mal können so dann haben wir noch ein siebtes match und es ist echt verrückt dass es nur sieben matches waren es ist so wenig aber es war trotzdem eine knapp zweistündige veranstaltung wir haben doink und ding gegen jeff jared das sind namen ich werde die gänsehaut wieder wenn ich mir angucke ja also ich habe zwei veranstaltungen in meinem leben besucht ich habe aber leider nur von dieser ersten fans oder von dieser veranstaltung mir ja wie soll ich sagen die dieses programm mit gekauft ja dann schauen wir mal weiter es hat ja noch ein paar mehr seiten hier seht ihr auch noch ein fundzeichen ist es also direkt für den britischen markt und deutschen markt geprintet worden hat aber alles englisch und deutschen text hier ist wirklich deutscher text hier steht zum beispiel ein brief vom des präsidenten von jack tally federation oder federation president das ist meine große ehre ihnen anzukündigen dafür dass die world wrestling federation wieder einmal für eine tournee nach europa kommen wird diese tournee trägt den titel hartetektur es werden auf dieser reise wahrscheinlich alle fragen nach der neuen federation generation beantwortet hoffentlich haben sie ihren spaß daran an der hartetektur werden die besten federation athleten teilnehmen unter anderem brett man hart und hart lex luger diese unterlander blades außerdem kann man auf der hartetektur eine energie und spannung spüren wie sie nur die world wrestling federation zu bieten im stande ist wir wollen unseren fans immer nur eins bieten das beste von der federation darf man das auch erwarten und wir werden alles in unserer macht stehende tun um diesen anspruch gerecht zu werden so und dann kommt halt unterschrückt und so weiter als kleine anmerkung habe ich nachstehend alle daten und veranstaltungsorte der hartetektur aufgeführt dies sollte ihrer information dienen bitte bedenken sie auch dass sich die veranstaltungsorte und die teilnehmerliste aus aktuellem anlass ändern können das heißt klar veranstaltung meistens ändern sich weniger aber es kann natürlich sein dass ich ein wrestler verletzt und einer einspringen muss oder irgend auf welchen gründen eben nicht kann vielleicht auch urlaub haben so schauen muss das jetzt an hier joko suna und das undertaker charakter problem ist auch dabei und auch mr fuji also die beiden habe ich auch gesehen hier steht dem sagt match also casket match war es aber nicht die beiden haben nicht gegeneinander angetreten habe ich euch ja vorgelesen wie die baarung sind kann sein dass sie auf der tour so ein bisschen gewechselt haben das kann ich leider heutzutage nicht mehr sagen aber das war so wie ich es erlebt habe ja und dann schauen wir uns gleich also hier wie gesagt die motive sind einfach nur geil und auch wiko kosuna wie er guckt glas sind diese passenden artworks auch einfach nur geil gerade jetzt noch die mich wednesday gesehen habe also er passt ja auch perfekt zu der ms adams familie finde ich ja bret hart war mein favorite muss ich sagen und hart war aber auch eine geile socke nur diese brille habe ich mir dann auch gekauft und die seine einlauf musik und so weiter das ist einfach gänsehaut gewesen und das hat auch echt spaß gemacht ich habe das zusammen damals übrigens mit meinem bruder gesehen wir waren zusammen dort und es war echt legendär wir haben beide morgen wrestling geguckt und haben uns das angeguckt und ja wahnsinn allein die motive hier glaube ich wo das riecht das kann ich jetzt nicht sagen werden mit der grünen hose das ist aber wahnsinn auch her die bilder ohne hart und schade das was sein schicksal aber egal ich habe ihn ja echt klasse erlebt dass das ich überhaupt live sehen durfte das hat mich echt begeistert so schauen wir uns einfach weiter an das ist wie gesagt nur motive auch hier diese und razor ramon die motive sind aber nur geil hier gegen tatanka diese irs gegen razor ramon auch das einfach wahnsinn diese übrigens ich finde es ganz klasse der ist ja auch hier im schauspielgeschäft tätig mittlerweile und macht immer gern mal gastrollen zum beispiel bei der verfilmung von die ue der live da hat er tinas armstrongs vater gespielt doch natürlich auch wieder ein bisschen kämpfen war super shredder in glaubt secret of the use turtles 2 dem realfilm und ja einer der ein guter bekannter von john wick in john wick 1 und john wick hatte respekt vor john wick naja jetzt schauen wir weiter auch hier können wir sehen wie es geplant war hier sehen wir jetzt die matches und ihr seht es hat sich ein bisschen was verändert denn im uk war das tag team match mit british bulldog geplant den habe ich natürlich leider nicht gesehen hätte ich aber auch gerne der wie boy einfach nur cool einfach die ganzen motive obwohl brett hat wenn man sich die anguckt er guckt gleich das sieht fast identisch aus man könnte sagen wenn es eine cg figur wäre es wäre sehr ähnlich na wahnsinn ja das ist schon genial als gewesen jim neid hat auch ein geiles bild hier auch das finde ich sogar noch besser als das hier wo das auch geil ist das sind einfach nur geile posen und ihr seht ihr deutsch habe ich dieses match natürlich gesehen also macho man und macho man ja ich meine ja auch erst ins schauspielgeschäft ja umgestiegen und hat vorverstorben ist leider ist aus jim neid hat ja inzwischen verstorben auch im british bulldog ebenfalls aber auch in spider man mit toby mcguire unvergessen in ja als wrestler gegen den spidey kämpfen musste herrlich so das ist das mittelmotiv wie gesagt einfach nur geil diese motive sich anzuschauen ja und hier geht es gleich cool weiter ne sean michaels hat rhythm 1 schön im armgriff irs und lex luger und lex luger ja der konnte posen aber er hat auch ein schweres schicksal gehabt namen wird jetzt im rollstuhl aber wahnsinn was alles passiert mit dem ganzen wir sehen nur diese eine seite und die schicksalseite oder das leben das zeichnet seinen eigenen weg noch zusätzlich aber ich habe sie in diesen höhepunkten einmal erleben können das ist doch wahnsinn und hat wie gesagt die motive mehr mega das ist für mich auch eine erinnerung pur das eben halt gesehen zu haben auch wenn ich mich an die menschen wirklich kaum erinnere ich will sie wahrscheinlich wenn ich sie versuche zu beschreiben ja verwechseln mit den was ich im fernsehen gesehen hat man hat doch so viel gesehen ja weiter wollen wir blättern also es macht einfach nur spaß diese motive anzugucken auch hier gesagt randy savage macho man auch herrlich einfach und auch der british bulldog ja den habe ich wie gesagt nicht live gesehen aber dadurch dass er ja für die tour geplant war haben wir ihn hier drin ja einfach nur cool und macho man ich weiß leider nicht wie gesagt man kann dorfte keine fotos machen deswegen weiß ich nicht welche klamotten er damals getragen hat als ich ihn gesehen habe aber nicht mal ein knallbunt das bin ich noch der meinung gewesen so abend ja davy boy der ja auch zur hartfamilie gehörte wahnsinn ich kann jetzt nicht mehr sagen wer das war mit denen er da kämpft ich weiß nicht ob es ein steiner bruder bruder ist könnte durchaus sein dann scott sein ne scott war der jüngere na jeden fall scott und rick steiner weiter geht es so bullner karno ja doch schon eine kolossale frau gewesen wenn man sich das so anguckt und rechts neben alandra blaze eigentlich war zu dem zeitpunkt dass frauen frauen westlingen noch rar in der wwe heute ist oder wwf damals sah es eben ein bisschen anders aus es gab nicht so viele mittlerweile hat sich das ja ganz ja ziemlich geändert war aber auch kein schlechtes match nur irgendwie war man ja mit den ganzen männern eigentlich getrimmt mit dem ganzen fantasie charakteren sozusagen dass man sie nicht so einordnen konnte es harmonierte irgendwie so mit der storyline damals aber egal auf jeden fall hat die ja sportlich auch eine ganze menge und die meisten von den charakteren die wir hier sind sind auch in der inzwischen in der hall of fame ich glaube bei der ein tour durfte ich auch den die ich mit davor oder danach das bin ich mir nicht mehr so sicher gesehen habe habe ich auch den hikes da einmal gesehen das ist auch ein tolles erlebnis so wir haben noch zum abschluss auf jeden fall als charakter jim neid hart cool wo ich nicht so sehe sind ein zwei bilder sich hier auch wiederholen im ganzen aber auch schöner move sozusagen schönes motiv mit dem move auch ein ziemlicher koloss richtig klasse und ja dann seht ihr das merchandise aber im endeffekt ist das bestell merchandise wie bei jeder sportveranstaltung oder heute auch musikveranstaltung gab es ja immer die tische wo man die ganzen t-shirts zu den stars kaufen konnten ich kann mich jetzt an diese t-shirts nicht ändern da gab es andere und ja einfach nur wahnsinn ja diese bret hart brille seht ihr auch und was hatte ich steht das hier irgendwo was sie kostet hier wird es nicht wirklich gesagt aber ich glaube ich 20 oder 30 mark bezahlt für die also d mark zeiten fahren sie noch so hier haben wir auch noch mal werbung für videokassetten die damals waren dvd und so weiter gab es ja noch nicht ja und im endeffekt war es das jetzt von der harte tek tour oder von dem programm auf der harte tek tour fotos hatte ich zwar auch auf der harte tek tour gemacht mit eben so einer kleinen einwegkamera die wurden gar nichts ich habe noch beim suchen die fotos gefunden die ich 1996 auf der wbf champions tour in hamburg gemacht habe die zeige ich euch jetzt da zähle ich euch ein bisschen was dazu das war das plakat zur champions tour 1996 live in deutschland und ihr seht schön die werbung darunter welche stars dabei sein sollten waren nicht alle dabei denn einige sind in anderen städten aufgetreten oder ja wie so ist nicht jeder war verfügbar vielleicht die planung sah immer meistens ein bisschen anders aus als es so war ich war am 16 april 1996 in hamburg das ging dann etwa um 19 uhr 19.30 los und ging knapp zwei stunden wie ihr seht auf diesem plakat brad hitman hart war auch dabei der undertaker diesel razor ramon own hart british bulldog sollte auch dabei sein war nicht dabei ich habe ihn nicht live gesehen sit ist auch nicht dabei gewesen genauso wie golddust und hunter hast helmsley der war dabei und andere das seht ihr gleich ich habe eine liste gefunden wer damals wirklich anwesend war da spreche ich gleich mit euch drüber und ich zeige euch auch ein paar der fotos ich möchte aber noch mal ganz kurz korrigieren zur harte tek tour als ich das heftchen durchgeblättert habe habe ich mich getäuscht ich habe mr fuji und yokozuna nicht gesehen die waren nicht in der hamburg auf der hamburger veranstaltung dabei genauso wie eben halt crash von dem ich halt in der auflistung gezählt hat der gegen die undertaker im sarg match gekämpft hat der war wohl der ersatz für yokozuna und auch den hikes da habe ich nicht gesehen denn der war bei dieser tour ist dabei da habe ich mich irgendwie getäuscht auf der match liste steht zum beispiel justin bradshaw gegen duke drosi oder groß der davon habe ich keine bilder aber gut die waren auch nie so meine bekannten figuren dadurch sind die auch nicht irgendwo für mich wichtig gewesen fange ich mal an mit dem tag team championship match weil im endeffekt waren die champions hier anwesend da haben die bodydonners zip oder skip und zip gekämpft mit ihrer managerin sunny und ich habe hier ein wunderbares bild von sunny wie gesagt ich habe das alles mit so einer einwegkamera gemacht in so eine einwegkamera die von damals da kommt man wirklich nur durchschauen und den knopf drücken in der hoffnung dass dann was kam der blitz der eingebaut war hat automatisch funktioniert hofft man immer und ja es gab kein zoom nichts man war angewiesen dass dieses eine bild funktioniert und ich hatte ja glück dieses wunderbare bild von sunny ja habe ich eingefangen ja und dann hat jake the snake roberts gegen isaac yankem dds der zahnarzt gekämpft ja der wrestler von isaac yankem wurde ja später kane wo er wesentlich erfolgreicher war und hier habe ich ein bild von jake the snake roberts zwar sind köpfe davor aber wie gesagt man kann ja nicht unbedingt abschätzen wie es ist und gleichzeitig wird will man diese show miterleben also es ist gar nicht so einfach manchmal zu erfassen wie es überhaupt dort ja dass man den richtigen bildausschnitt überhaupt erfasst deswegen habe ich auch hosen teilweise fotografiert und einige bilder waren so unscharf dass man gar nichts erkennen konnte deswegen habe ich euch jetzt die wirklich die besten bilder die ich fotografiert habe herausgepickt raser ramon hat gegen den 1-2-3-kid gekämpft dieses jahr legendäre match mit den beiden wurde sozusagen aufgeflammt auf der tour es war natürlich auch toll anzusehen schon bald man glaube ich heißt der 1-2-3-kid wirklich wie gesagt ich die original namen da bin ich nicht ganz so mehr drin müsste jetzt gucken aber im endeffekt war das match wirklich sehr spannend ihr seht hier ein foto wie sie ja 1-2-3-kid vom ringseil gleich runter geschleudert wird sozusagen von razor ramon zwar auch richtig spannend zu sehen und ich habe versucht immer diese 10 auch mit einzufangen war gar nicht so einfach dann hat stone cold steve austin gegen savio vega gekämpft und ich habe ein wunderbares bild geschossen von stone cold steve austin wie er den million dollar belt den gürtel von teddy biassi in die lüfte hält einfach nur cool klar es ist eine alte kamera das bild ist nicht in perfekter schärfe aber es fasst erfasst diesen moment mega einfach nur klasse das zu sehen als nächstes kämpfte sean michaels gegen hunter herrst helmsley triple age und ich habe hier ein bild wie sean michaels auf der im ring sei oder steht oben und gegen mit den fans sozusagen kurz jubelt und ich habe auch ja ein schönes foto gemacht wie hunter herrst helmsley doch mit seinem gimmick damals diesen lord gimmick eben halt in den ring kam eben halt sehr cool zu sehen diese abfällige geste von hunter herrst helmsley und die langen haare er später ja gar nicht die er mal hatte mal nicht hatte und ich habe ein tolles bild gemacht wie die beiden im ring miteinander kämpfen ich finde es irgendwie cool dass ja diese action dann ist spürt sie wieder und ich erinnere mich auch wieder an diesen moment zurück ist einfach nur cool das zu sehen dann habe ich noch ein foto dabei gab mit den bus breakers die standen jetzt gar nicht auf meiner liste ich weiß auch gar nicht mehr gegen wen die gekämpft haben ich sieht aus wie der one to three kit im hintergrund aber ganz sicher bin ich mir auch nicht wer die gegner waren oder ob die nur als gast dabei waren und so ein bisschen interveniert haben damals in das match das kann ich überhaupt nicht mehr sagen luke und butch mit ihrer pose und gestik also einfach nur toll das wieder zu sehen und einfach nur klasse eins der highlight matches war natürlich bret hart gegen ohn hart wenn ich mich recht insinne und ihr seht hier bret hart wie er gerade von den fans bejubelt wird ohn hart der in der ring ecke vom ja ring richter ein bisschen zurückgehalten werden muss übrigens der deutsche moderator carsten schäfer hat auch die ganzen wrestler angekündigt als ringsprecher bret hart hier so am feiern mit seiner brille drauf die jacke und seine mega geniale einlaufmusik gänsehaut wenn ich daran zurückdenke und einfach nur cool ich glaube ich habe ein zweites foto genau wo er gerade so vorbereitet bret hart was ich versucht habe einzufangen bei bret hart wenn man seinen favorite hat den möchte man natürlich auch erfassen das finale match war der undertaker gegen diesel und ich habe hier ein grandioses bild gefunden ja auch wenn da jemand irgendwie mehr davor reingelangt hat aber ich habe es geschafft diesel einzufangen wie er gerade in den ring läuft mit seiner trucker musik oder seinen truck geräusch und einfach nur klasse das überhaupt auch eben erfasst zu haben das ist echt gänsehaut und dann habe ich auch noch ein wunderbares bild von ihm wie er eben halt seine faust hebt und sozusagen ja sich ankündigt kann man ja auch das kann man sich beschreiben aber ich muss zugeben ein noch größerer gänsehaut moment war als der undertaker einlief und das noch zusammen mit paul bearer und einfach nur diese atmosphäre wenn paul bearer da mit der urne marschiert der undertaker die arme hebt das licht angeht diese grabes musik diese dieser trauermarsch der da hat die ganze halle erfasst wahnsinn ihr seht ich habe diesen moment eingefangen und sogar konnte ich noch fotografieren wie der undertaker auf dem ringseil läuft und gerade diese den arm umdreht und daneben halt zu einem schlag ansetzt dazu muss man sagen bin immer zum ring nach vorne gelaufen wenn die ein angekündigt waren und reingekommen sind und dann bin ich zu meinem platz zurückgekehrt so war eben halt mein platz gar nicht so weit weg vom ring ihr könnt es ja sehen denn die action fotos sind von dort entstanden ja das sind ein paar der fotos die wirklich was geworden sind von diesem wunderbaren event ich hoffe ihr hattet auch euren spaß daran diese noch mal mit mir gemeinsam anzuschauen auf jeden fall war das ein tolles erlebnis und ja jetzt seid ihr dran wer von euch hat auch einmal in der wrestling tour mit diesen figuren live erlebt erzählt mir das oder wart ihr auch auf der harte tektur und was haltet ihr von diesem programm heft lasst es mich wissen in den kommentaren wo wir weiter reden und ansonsten ich freue mich über likes kommen aber wie gesagt und ein abo falls ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten let's view so so Vielen Dank.